Und wir Schalten erstmal die Uhr ein Damit wir wieder wissen when 10 Minuten vorbei sind Damit ich Werbung auf dieses Video Schalten kann So und jetzt牛na Wir hören das mit unnötigen Themen Pumpnail wird Eine Sache sein die in dem Video Eine Minute vorkommt und der Rest sind belanglose angriffe hey 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 auf wen spielst du da an du knecht bleibst du mein lieblings youtuber bist du einfach süchtig ja ich bin einfach dass ich dass ich das nicht kann so so also wir haben erst mal wir haben erst mal ein paar coole neue sachen geschafft leute denn wir sind sehr sehr weit gekommen wir haben den durchbruch und das zeige ich euch jetzt wenn ich hier mal nebenbei alles auf leise gestellt und jetzt kommt's leute seht ihr das seht ihr das guckt mal nach oben links in die 5000 27 pokale ich habe heute morgen weil meine sechs angriffe gemacht baue jetzt gerade nebenbei hier eine doppelkanone aus und dann wird hier noch lass mich nicht lügen der tesla morgen auf sechs gebracht das sind die einzigsten zwei sachen die ich leider rushen musste weil ich halt weil die sieben einfach zu schnell kam und mit der sechser kam ich nicht so schnell hinterher der plan sieht wie folgt aus wenn die doppelkanone auf sechs ist werde ich morgen meine drei angriffe machen dann geht die kampfmaschine schon auf level 14 dann warte ich wieder zwei tage dann habe ich nämlich zwei neue angriffe nebenbei wird diese mauer hier noch auf vier gemacht dann haben wir alle mauern erstmal einheitlich auf vier dann wird der tesla ausgebaut danach müsste ich dann ungefähr wieder so viel haben dass ich später dann die kracher mache also ich habe mich nämlich dazu entschieden das so zu machen dass ich wenn ich das ratos ausbaue das mh ausbaue also für euch auch den tipp erst mal die ganzen großen sachen auf level 7 ganz wichtig weil die dauern am längsten und danach würde ich euch wirklich empfehlen die kracher erst mal auf level 7 zu bringen und danach dann die türme auf level 7 der grund ist ganz einfach diese hexen angriffe und minion angriffe sind glaube ich das was am schlimmsten in dem spiel gerade ist also die loons und die minions die kann man hart verkacken ja da habe ich schon viele erlebt die das einfach nicht gepackt haben wir bei meiner base angriffe technisch sahen wir auch ziemlich gut aus das waren heute so unsere angriffe war sieg 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 einem niederlage hier war einmal 100 100 unentschieden dann hatte ich hier einmal 56 46 56 56 unentschieden hier habe ich wieder gesiegt hier habe ich wieder gesiegt da habe ich gesiegt da habe ich gesiegt und das ist halt ja ich finde schon ganz cool die base hält auf jeden fall das was sie verspricht die meisten leute kriegen zwar zwei sterne aber müde bin ich aber auf jeden fall sehr sehr niedrig was das angeht so und jetzt das wollte ich nur mal nebenbei zeigen wir haben auf jeden fall meisterhütte 7 wir haben unseren meilenstein erreicht season ist jetzt vorbei in zwei tagen 17 stunden das heißt auch die pokale werden wieder weg sein auf 4000 geht es wieder runter ich könnte sogar wenn ich wirklich frei hatte könnte sogar vielleicht zu einholen also immer ganz ehrlich bin kein schlechter meisterhütten angreifer ich habe euch gesagt so wie das früher auch war mit mh6 werde ich definitiv 4000 pokale schaffen das habe ich gemacht und mit der fünf kann man locker also mit der 7 kann man locker 5000 schaffen und ich habe es geschafft ja und ich habe nicht mal wirklich wie heißt das so dieses dieses tryhard farming gemacht sondern ich habe einfach ganz normal und ganz entspannt spielt ja einfach nur meine angriffe durchgezogen und dann am ende habe ich noch zwei drei angriffe gemacht so und dann auch immer meistens gewonnen zwar mal natürlich unentschieden aber es hat geklappt wir sind jetzt auf in deutschlandweit sind wir sogar auf einem sehr hohen platz wir sind auf platz 66 in der rangliste und wir haben 57 plätze gut gemacht und ich finde für mich reicht das ich habe es jetzt einmal bewiesen es geht jetzt werde ich das auf jeden fall nicht mehr machen so versuchen tryhard mäßig da auf 5000 pokale zu kommen eben gerade habe ich doch gesagt ich habe es nicht versucht ich habe es auch eigentlich nicht versucht aber ihr wisst was ich meine ich habe jetzt die letzten paar angriffe halt ein bisschen auf komm komm wir machen jetzt ich würde jetzt die 5000 schaffen weil ich war ja schon bei 4900 irgendwas vorher auch schon habe ich mir gedacht komm jetzt ziehe ich durch und mache einmal auf 5000 das sieht besser aus und das hat wirklich wirklich geklappt das war hier mein siegesangriff der war sogar gar nicht so gut ja das problem bei dieser base ist ich weiß immer nicht von wo ich genau angreifen soll soll ich von hier oder von hier oder von hier angreifen weil die luftbomben sehr sehr früh viel schaden machen besser wenn sie hier stehen könnte man von hier angreifen ich habe mich entschieden von da anzugreifen wir lassen das mal revue passieren da habe da war ich ganz froh dass der brutzler hier meine minions getroffen hatte da kann man das mal sehen da macht er nämlich nur ein paar davon fertig und die ballons können dann einfach full life das und das hier tanken jetzt habe ich mich auch dazu entschieden die maschine schon zu setzen man sieht aber die ganzen leute ne überall die bomben sind alle unten ich krieg eigentlich überhaupt keine bomben ab das war jetzt nicht so gut tragisch weil da wurde nur ein minion weggemacht und dann war hier noch hat hier zum glück noch die man die maschine ist halt blöd gelaufen ich hätte mich gefreut wäre sie dahin gegangen dann hätten wir mehr prozente gekriegt und jetzt kommt ich das mal an der crusher die kanone und der brutzler der tesla hier machen die maschine einfach komplett komplett weg ne und da wäre der letzte hit gewesen und da geht das teil runter wenn hätten wir die sogar drei sterne geschafft weil mit der aufladung so hätte das gereicht ist dann 74 prozent geworden der kollega hat natürlich noch viel schlimmer gemacht irgendwie mit den riesen erst von hier reingegangen das ist halt immer das gleiche was die leute spielen die barbaren 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 aber ich muss ehrlich sagen die base oder allgemein jede base wird von 14 hexen und 3 14 minions komplett überrumpelt ne die base hier wurde auch schon 100 prozent gemacht von von den minions könnt ihr euch nicht vorstellen ist das einfach so krank hast du die riesenbombe dies wurde leider von einem riesen ausgelöst was nicht so gut ist in dem bereich da oben hier war eine schöne falle das ein riese schon mal weg das heißt er hat nur noch jetzt drei stück hier setzen kann aber auf level 14 guckt euch das mal an was der tankt der riese kann ich glaube die haben irgendwie 2000 3000 leben oder so ich weiß es gar nicht so viel haben die gar nicht oder haben die so viel leben ich weiß es gar nicht müssen gleich mal gucken auf jeden fall haben die auch schon ziemlich viel leben man sieht das ja wie viel die hier weg tanken er setzt sie dann hier rein die riesen kann ohne kann immer noch sehr viel damage machen jetzt guckt euch das mal an wie die maschine von dem kracher von dem crusher vergewaltigt wird so krass wie viel schaden daraus geht hier war ich froh dass der riese weg war hier in dem crusher und dann war nur noch die maschine über und da war dann hier die kanone dass das zielt dann beides auf die maschine die war im ausbau seht ihr das mit einer doppelkanone im ausbau normalerweise wäre die maschine schon lange weg gewesen die werden nicht mal hier an den beiden sachen vorbeigekommen er hätte eigentlich noch weniger prozente gehabt aber doppelkanone im ausbau kann man nichts machen aber man sieht dass ein gebäude fehlt es kann schon ganz schön wehtun man sieht jetzt auch bei uns im clan der mt ist ein bisschen runtergeknallt aber das ist der ist halt größenwahnsinnig ne er greift halt an mit dem brutzler im ausbau aber er hat auch gesagt ihm sind die pokale nicht wichtig mir auch nicht aber ich wollte halt unbedingt 5000 erreichen damit ich das einfach mal zeigen kann dass es auch klappt ne und das ding ist er hat halt gesagt ja mit dem brutzler im ausbau wenn ich damit angreife und ich verliere pokale ist es ja egal er hat auch recht er hat ein polster von 600 pokalen ne das heißt er kann mit dem brutzler angreifen und ruhig paar mal verlieren ist eigentlich völlig egal und man sieht ja er hat ja trotzdem gewonnen hat seine sachen die er braucht bekommen und das eigentlich schon ganz cool ja dass das ist das das ist das was zählt und mir ist es jetzt im endeffekt auch egal ob ich nächste season nur bei 4300 pokalen bin oder 4400 4500 oder 4200 solange ich mein loot bekomme den den ich brauche ist eigentlich alles okay und jetzt noch mal zu dem event das hier startet hier ist ein event das heutige event das geht jetzt irgendwie drei tage da ist ein golem elf magier und zwei packer müssen benutzt werden als rathaus neuner kann ich euch nur empfehlen die kombination so zu machen das ist golem zwei packer 15 magier 14 riesen ein baby drache in der burg nimmt ihr also zauber nehmt ihr dann zwar mal hier einmal rage einmal jump und ihr nehmt gift mit natürlich eure helden wenn sie dann wach sind dann habt ihr in der klaren burg nur riesen drin die mir bis jetzt immer noch nicht gespendet wurden für batman weil keiner online ist alles egal ich kann ja ich kann mir ja gleich selber ich mache es mir gleich selber ja das ist immer so ich besorge mir dann immer selber ich nehme einfach meinen anderen account und dann spende ich mir riesen die sind da zwar nur level fünf aber ist auch nicht so schlimm aber das ist so die taktik funktioniert auch eigentlich ganz gut wo sieht man hier die angriffe da mein angriffs lock mehr 2000 2000 4000 da habe ich jetzt ich glaube das war ein 10er da habe ich glück gehabt irgendwie ja das war ein 10er der ist aber auch gerade erst 10 geworden oder es schon ein bisschen länger 10 aber erst halten rusher ne rusher in dem sinne jetzt denkt ihr hä wo ist der gerasht ich klicke einfach nur drauf das problem ist ich sehe viele die ihre wände nicht machen leute die wände sind mit das wichtigste in der base seine helden 21 und 20 das ding ist die helden könnten 30 sein jetzt muss er noch mal 20 level level das ist bullshit das ding ist aber die base war afk das war gut das ist eine afk base gewesen er ist in keinem clan gewesen seine x bögen sind komplett leer drei stück seine infernos sind tot war für mich perfekt hier unten das ding war voll das teil war voll und das ding war voll dann kann man mal sehen wie ich das hole hier oben setze ich den golem ran setze ein paar magier rundherum lasse die welle da oben angreifen dann setze ich hier irgendwie alle riesen die ich hatte einmal den king dazu noch ein paar riesen außer die clamburg riesen alle noch keine ahnung warum ich das so gemacht habe ah ja doch genau und dann die magier da rum und dann habe ich hier die zwei packer gesetzt und dann hier noch mal die restlichen magier drum und habe den baby drachen behalten die hier die prinzessin habe ich gegiftet einmal kurz hätte ich gar nicht machen brauchen wir die zwei packer haben die so schnell weg gehabt ja dann habe ich jump spell gemacht damit sie reingehen wollten sie aber nicht und den ein magier habe ich dann auf die dings gesetzt und dann habe ich die dunklen lager gekriegt da habe ich dann 4000 jetzt habe ich nur auf krampf noch versucht weil 10er ne der hat schon starke er hat schon ein bisschen was stark da drinnen das tut schon ganz schön weh wenn das so eine kanone drauf ballert und habt ihr nur noch auf krampf versucht die prozente zu kriegen hatte ich 52 prozent und dann habe ich den kampf abgebrochen weil gold elixier wissen wir bei wissen wir alle brauche ich nicht ne ich brauche nur dunkles und bei 4000 dunkles darf ich nicht sein da gehe ich rein ha 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 uuhh tschuldigung tschuldigung die pferde sind wieder mit mir durchgegangen nein das war es auf jeden fall von mir ähm ich werde jetzt die nächsten tage oder zeiten mal wieder ein bisschen mehr clash auf clans machen und auch vielleicht sogar mal ck angriffe zeigen weil ich weiß ich weiß nicht ob ihr darauf steht so ck angriffe zu sehen als rathaus 8er zum beispiel oder 7er wie man da am besten im ck angreift wenn ihr das möchtet so was auch mal sehen möchtet dann schreibt das mal in die kommentare wer zucker das zu wissen ich sag erstmal wieder danke fürs zusehen youtube danke dass ihr meine ätzende stimme meine drecksbasen und alles von mir ertragt danke für die unterstützung danke für daumen nach oben danke für euren support bis zum nächsten mal knutschi knutschi und tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal